Hi, wann mal jetzt? Hat 10.000 Euro im Lotto gewonnen und alles in Plus 500 reingesteckt. Aber genau hier liegt das Problem. Plus 500 ist nicht die beste Lösung, um mit Krypto anzufangen. Ja, so und genau deshalb besorgst du dir eine gute Kryptobörse oder installierst dir direkt die Wallets, wo du dann mit deiner Kreditkarte direkt die ganzen Coins kaufen kannst. Über das Wallet. Dazu habe ich schon mal Videos gemacht. Kurz gesagt, Meta, Max, Phantom und Kepler brauchst du. So, dann die große Frage, in welche Projekte steckst du es rein? Nicht in die Olga, denn das Geld ist schneller weg, als du denkst. Wen nehmen wir dann? Am besten den ganzen Haaren. Je mehr Coins du im Portfolio hast und mit 10, ich würde einfach 20 Projekte raussuchen. Mit einer Marktkapitalisierung zwischen 10 Millionen und 100 Millionen. Wenn du Bock auf Ethereum hast, dann schau dir auf jeden Fall HONO an. Gönn dir auch Sintbad. Da gibt es immer täglich gute Sachen. Sollte reichen.